Arschloch! Das ist doch keine Turnhalle hier! Kannst du bitte mal hocken und ihm sagen, er soll leiser laufen, ne? Bitte. Scheiße! Hallo, ähm, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie vielleicht ein kleines bisschen leiser laufen? Also nur ein Mühe, weil es kommt ziemlich laut an. Warte! Ich kann dir deinen Arsch über den Kopf ziehen. Da hörst du gar nichts mehr, verstehst du? Alles klar, verstanden. Danke. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.